Ich komme! Nein, ich sauf ab! Kann passieren! Ja, oh, ich hab's! Okay, wir können weiter! Bin ich gut! Mann! Nein! Au! Ich hänge fest! Kommst du! Ich bin schon da! Ha! Höher! Höher! Hui! Ich komme nicht hoch! Hui! Ich glaube an dich! Oh Mann! Na los! Spring! Ich kann nicht! Egal! Oh je! Das Spiel macht mich fertig! Wir spielen schon wieder seit einer Stunde! Ich frage mich, wie viele Ebenen es da gibt! Ich frage mich auch! Wahrscheinlich so 20 und wir sind morgen früh einfach richtig fertig! Auf! Du hast nicht ernsthaft vor, die ganze Nacht durchzuzocken! Ach, an der Decke kann man auch kleben! Guck dir das mal an! Ich bin petalustig! Halt, hilf mir hoch! Hilf mir hoch! Ich habe es da auch allein hoch geschafft mit Hilfe von deinem Kopf! Hilf mir hoch! Du bist über meinen Kopf gesprungen! Naja fast! Danke! Au! Toll! Wenn ich jetzt wieder unten spawne! Boah warte, nur! Ah! Boah! Boah! Warte! So, geht nicht. Nee, geht nicht. Nein! Ah, geht. Warte, komm hoch. Ein Boot, ein Boot! Okay, die muss schieben. Ich sag jetzt nicht, wie das aussieht. So, ja, und jetzt? Ja, schieb ihn weg. Jetzt komm. Jetzt müsstest du das Boot irgendwie... Irgendjemand muss jetzt dieses Boot da runterschieben. Ich bin das Mädchen nicht bleibt sitzen. Nee, 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 nee. Dann aktiviere ich aber... Alter, wieso kann ich jetzt nicht durch die Wolke durch? Wie soll man das überhaupt schieben? Ich hab keine Ahnung. Ja, eben. Hä? So mal. Du hast ihn mit dem Boot genommen. Toll. Au! Blöd, Mann. Warte. Ich hab da ne Idee. Ah! Du kannst jetzt das Boot da weg schieben, ne? Au! Warte, warte, ich zieh's. Du kannst jetzt dann ruhig wieder... Ja, doch raus. Äh, den Block wieder zurück. Warte, warte. Da! Du bist so blöd. Oh, Mann. Ja, ja, Teamwork. Wir haben das voll drauf. Ja, ja. Kranotte! Boah! Au! Oh! Oh! Kranotte! Hab ihn! Sehr gut. Wozu kann man hier die Dinger deaktivieren? Hat das einen Grund? Oh, Jetpacks! Jetpacks! Ich brauch doch keine Jetpacks, um hier weiterzukommen. Überhaupt nicht. Oh, ich hab eins. Ah, das ist mies. Jetzt? Oh, Alter. Versuch mal. Stammt, du schaffst das. Du schaffst das. Oh. Links! Nein! Scheiße. Boah, ich helfe dir. Oh, bist du so gnädig. Ja. Am Ende schaffen wir es beide nicht. Ich seh's jetzt schon. Verdammt. Ha! Au! Okay, komm. Oh. Ah, nee! Oh. Ich hab noch's gesehen, wie mein Auge durch die Gegend fliegt. Echt? Ähm. Du kannst den Block da rausschieben. Ja, schieben schon. Kranotte! Pass doch auf. Ja, ja. Ist gut. Boah, wo bin ich hier? Ich geh mal in das Boot. Hui! Hilfe! Ich hab grad auf dich geguckt. Ich hab meine Spielfigur verwechselt. Äh. Oh. Wie so nervöser, kleiner Flo. Ich find das klasse. Nein! Oh. Möp, 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 möp. Ich hab nen Bug entdeckt vom Spiel. Der da wäre. Komm, wir uns spawnen. Scheiße. Okay, ich versuch uns weiterzubringen. Ja, zu Ende das Level bitte. Ach doch. Oh, geil. Du bist gestorben. Ähm. Jetzt hängen... Ja genau. Wir haben die Plätze getauscht. Oh! Was ist denn mit dem Erzähler los, bitte? Äh, ja. Ich hab eine äußerst ähnliche Situation hier. Könntest du mich da bitte rausholen? Moment, ich arbeite dran. Warte. Ich spring nicht. Äh. Haha. Hab's geschafft. Ich warte auf dich. Oh. Warte. Gerrit, warte. Warte. Ah. Ja. Level geschafft. Oh, Alter. Das Spiel ist so durch. Oh, ja. Aber es macht richtig Spaß. Geh, 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 geh. Aber wir haben einen vergessen. Asche auf unser Haupt. Ja. Absolut. Oh. Warte mal. Oh Gott. Okay. Was? Nicht. Hä? Gar nichts. Nichts. Hä? 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 Erzähl doch mal. Hä? Hä? Granate. Aua. Warte, warte. Oh, warte. Oh, nein. Granate. Au. Na komm. Nein, warte. Granate. Ich werde das beinahe nicht abgeschossen. Au. Das macht nichts. Du bist es ja schon gewohnt. Habe den hier Target. Hör ab. Juhu. Weiter. Huah. Warum ist es schon wieder dieses Warnschild? Ich habe Angst. Hier ist Kleber. Ich glaube, das ist Vanille-Eis. Oder Vanille-Pudding. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es eklig. Alter, die Geräusche dazu. Oh. Juhu. 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 Das klingt wie so ein Raubtier. Ich finde das irgendwie geil. Aaaaaa. Ja, komm schon. Flatterflatter. Nein, falscher Weg. Hab ich ja nicht beeilt. Nein. Scheiße. Hab ich gesagt. Granate. Alter, wie geil. Oh, oh. Ja, ja, ja. Bin oben. Okay. Nein. Robo. Hui. Müssen wir nicht runter? Die hoch, oder? Da ist doch ein Fall nach oben. Aber das noch mit Diamanten. Hol den schlecht. Granate. Hol den Diamanten. Allein wird das nix. Allein wird das nix. Ich muss dich rüberschleudern. Juhu. Fass. Okay. Au. Hey. Oh, hä? Scheiße. Scheiße. Schneller, schneller, schneller. Lauf. Lauf. Hier, Diamant. Nee, ich nehme den oberen Weg. Diamant. Ja, hier auch. Ja, aber hier unten ist er. Kommst du her, jetzt. Nee, funktioniert nicht. Ich komme zu dir. Moment. Ähm, ja. Lauf. Er hat sogar meine Zufa um, nervigen Geräuschen. Den finde ich gut. Da schießt einer mit Raketen. Alter. Sie mit dem Gummi geschossen. Du meinst, das bringt, was gegen den Metallreporter, der mit Raketen schießt? Ich benutze nur nicht-tödliche Waffen. Granate. Nein. Au. Oh, ist kaputt. Oh. Oh, doch nicht. Die muss man für kurze Zeit ausschalten und dann... Granate. Fang die, Renate. Zuck, 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 zuck. Magst du jetzt mal diesen Roboter da fassen? Oh, man muss da rüber. Ja, ist dir das auch schon aufgefallen? Ah, au. Oh Mann, das nervt voll, dass man die immer hier unten spawnt. Zuck, 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 zuck. Kops. Hallo. Au. Oh. Ich habe das eigentlich geschafft. Granate. Au. Das ist easy. Okay, bleib du mal da drauf stehen. Ich schalte mit der Granate aus. Granate. Nein. Na, toll. Granate. Okay. Okay. Nein. Alter, der steht da gerade so bescheuert. Granate. 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 Komm schon, komm schon. Ja. Haha. Oh. Oh Mann. Was machst du denn? Spielen. Ja, ich merk's. Oh cool. Danke. Kannst du mir dann da hochhelfen irgendwie? Tschüss. Mit. Wir haben jetzt das aften. Wie.